die ansicht vom südwesten her an der norbertsstraße im vordergrund die u-bahnstation der u11 gruga die westseite an der norbertsstraße beide hochhäuser haben 16 stockwerke die gesamte anlage bietet 2000 arbeitsplätze die nordseite an der messeallee deutlich zu sehen das atrium das die beiden hochhäuser mit den fünf flachbauten verbindet die nordseite mit den fünf fünfstöckigen flachbauten silenzial wirdirus